so hans wieder ich habe gerade eine verordnung bekommen aber sagt mir wurde geschrieben ich habe geschrieben gerade im discord rsx schneller machen wenn wünsche mit everyone so wird mir geschrieben letzte verwarnung bevor so community ausschluss bekommst at neo b ja ich schreibe warum du versuchst at everyone wie gesagt eine kleinigkeit und du spielst sie wieder auf dem server frage wo steht dass man das nicht schreiben darf es ist hat ich muss schauen ob es in den discord regeln steht informationen regeln respekt so kurzes nach kurzen satz den vorlesen unwissenheit schützt nicht vor strafe und wo steht das es ist in unserem regelwerk sehr groß kennt gekennzeichnet dass er und verboten ist nein aber unwissenheit schützt nicht vor strafe und everyone ist verboten wo steht das server wie gesagt das steht nirgendwo aber da und noch mal der satz schützt nicht vor strafe was ist das ja du kannst doch nicht einfach jeden auf dem discord nur weil du das jetzt willst anstupsen ich stubs auf dem discord gar keinem ja aber so weißt du jetzt wenn du wenn everyone gehen würde ne dann würde ich jetzt jeder auf dem discord in münchen reinschauen dann steht da neo b normaler staatsberater whitelistet ist ja ich hätte gern dass es verboten ist ja und unwissenheit schützt nicht vor strafe ist keine unwissenheit weil es nirgendwo in den regeln steht er sicher nein wo denn doch es ist so ein bisschen halt ja wo steht es in den regeln wie gesagt unwissenheit schützt nicht vor strafe wie spaß hier noch ja 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 das ist der größte muss server wieso ich gehe sofort warum krieg ich den verwandung stehen stehen regeln als verboten ist ja aber unwissenheit schützt nicht vor strafe ich so steht da nicht in den regeln ja wo unwissenheit schützt nicht vor strafe ich habe zwei verwandungen einfach so bekommen nehmen sie einfach weg ja was ist mit mir und ich habe alles auf auf damit die gar nicht so wie permanent ja ich soll ja super ja weiter irgendwie war es unsichtbar medic kommt channel switch Vielen Dank. Das war's nochmal wieder komplett. Schnellen, wierig und reinschreiben. Neo? Ja? Akzeptierst du die Entscheidung, dass du eine permanente Band kriegst, wenn du noch mehr AdArea machst? Ja, aber es steht dann nirgendwo in den Regeln. Es ist verboten. Soll ich dich einfach ausschließen oder möchtest du aufhören, so ein Alman zu sein? Warum Eimer? Alman. Alman, du kleiner Bastard! Woher soll ich denn das wissen? Wie, woher soll man sowas wissen? Nicht mal Team-Leader dürfen das. Du kannst es ja nicht, aber es geht trotzdem darum, dass du es versucht hast. Wir sind 900 Leute auf dem Discord. Ja, und das? Ich wusste ja nicht, dass es verboten ist. Egal, verlass bitte den Server. Bitte. Hans, Medic-Bereich... You were kicked from the channel. Channel switched. Ja, ich soll bitte den Server frei...